Okay, zack, davon noch ein bisschen was. Absolut keine Ahnung, was das hier sein soll. Circle Raid, Package Raid. Lars, was machst du denn da? Wir haben doch gar nie gelernt, was wir da tun, Mann. Warte, 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 warte. Hey, Lars, hinter uns. Guck mal. Leute, schaut mal aus dem Fenster. Was? Ich sehe da gar... Wir werden angegriffen. Warte mal, ich kann gar nichts sehen. Warte mal, hey, Professor Schluckauf, was? Hä, wie? Wie, wir werden angegriffen. Ich kann da gar nichts sehen draußen. Zieht euch um. Okay, okay, alles klar, wir ziehen uns um. Warte mal, umziehen, umziehen, umziehen. Ah, hier sind die Sachen, die wir, glaube ich, anziehen. Der Seuchenhelm. Oh mein Gott, das sind Seuchenklamotten. Alter, ich sehe so gelb aus. In der Box ist eure Ausdung. Okay, hier in der Box. Okay, nimm alles. Okay, ich habe alles. Boah, Junge, wir haben hier einen Mega-Korb-Auslöscher 3000. Mega-Korb-Abstandhalter. Alter, wir haben sogar... Oh Mann, aber ich kann irgendwie die Waffe nicht in meine zweite Hand nehmen. Ich habe diesen Button, glaube ich, gar nicht. Okay, nice. Okay, danke schön. Warte mal, wie kommen wir jetzt nach da unten, Mann? Sollen wir jetzt einfach nach da unten laufen? Ähm... Ich weiß es nicht. Okay, laut meiner... Was? Laut meiner... Laut meinem Lexikon sind das sogenannte Siren Head. Siren Head! Siren Head! Siren Head! Ja, ich auch. Ich bin richtig ausgerüstet. Warte, ich glaube, das geht so, ne? Upsa, ne. Äh, wie geht das nochmal? Ich habe bis auf... Ey, ich musste den Knopf ändern, weil die Mods das nicht... Ich habe aber leider nicht so viele Informationen über die... Ich habe leider nicht so viele Informationen über... Ja, wir finden das heraus. Schluck auf, pass auf. Trink mal einen Schluck warme Milch oder sowas und dann passt das. In der Mitte, wo sie eingeschlagen sind, ist ein Siren Head, der 20 Mal so groß ist wie die anderen. Eventuell ist das ihr Anführer. Oh, das klingt nicht so gut, Mann. Der Herr Anführer! Ist doch richtig overreacted. Ah, wir müssen hier raus! Leute, wir machen den Easy Platt. Ganz, ganz einfaches Ding. Alles cool, alles gechillt. Ich wünsche euch ein gutes Gelingen bei eurer Mission. Ihr schafft das! Okay, dankeschön, Schluck auf. Machen Sie es gut. Alles klar. Wir sehen uns. Ciao. Viel später. Kann man hier runter? Ah! Hey, hier ist so grüner Schleim. Oh mein Gott, ich habe voll viel Schaden bekommen. Ich habe noch nie so roten Schleim gesehen. Überart ist das Blutschleim. Man kann ihn auch nicht kaputt machen oder sowas in der Art. Okay. Denke nicht. Wo sind wir hier überhaupt? Ist das hier etwa ein anderer Planet? Ist das hier etwa der Siren Head Planet? Ich glaube nicht. Es ist, glaube ich, einfach nur die Erde. Das ist wahrscheinlich nur die Erde und das ist wahrscheinlich einfach nur Siren Head, der uns hier angreift. Oh mein Gott, da sind richtig viele. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ist das der erste kleine Siren Head? Oh mein Gott. Oh lol. Alter, der schreit ja richtig. Ich esse mal kurz einen goldenen Appel. Einen goldenen Appel. Oh mein Gott, da kommen welche. Oh, ich habe sie nicht aus der See getroffen. Oh mein Gott. Pass auf, pass auf. Oha, Junge, die machen richtig harten Damage. Die machen richtig crazy Damage. Tschö, 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 tschö. Ich greife nur dich an, Mann. Okay, alles gut. Ich schaffe das. Alles gut. Ich überlebe das. Oh, hey, ich werde angegriffen. Hä? Oh mein Gott. Alter, die haben mega die Riesenreichweite. Okay, hab's. Oh Gott. Gar kein Ding, gar kein Ding. Ich glaube, manche von denen sind auch unsichtbar. Du musst aufpassen. Mach ihn weg, mach ihn weg, mach ihn weg. Ich greife ihn an, ich greife ihn an. Okay. Ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Guck, manche von denen sind unsichtbar. Schlag um dich herum. Da, Hilfe. Chill, chill, chill. Da. Er ist irgendwo vor dir. Schlag um dich herum. Ich bin dabei. Nein, ich bin tot. Oh mein Gott. Oh Mist, jetzt greift er mich an. Oh mein Gott. Oh mein Gott, warum? Warum ist das? Alter, warum? Alter, der schlägt aber richtig zu. Oh mein Gott, hier sind richtig viele. Lauf weg da. Komm weg da. Ah. Ich kann die, glaube ich, gar nicht. Oh mein Gott. Komm weg da, komm weg da, komm weg da. Alter, ich komme hier nicht ganz weg. Doch, doch, doch. Leute, schaut mal aus dem Fenster. Was? Oh mein Gott. Der Schluckauf, der Professor Schluckauf schreit hier noch rum. Ich habe hier Dings. Ich muss einen Golden Apple essen. Warte. Ja, ja, ja. Ich gehe schon ein Stückchen weiter. Oh Gott, ich komme dir hinterher. Alles ist gut, alles ist gut, Roman. Wir schaffen das. Oh mein Gott, das sind so viele von denen. Okay, easy going. Okay, okay, okay. Bring sie um, bring sie um. Okay, 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 okay. Wir müssen uns durchkämpfen. Komm einfach mit. Siren Head, Boss. Sie sind so stark. Übel stark. Wo ist der Siren Head, Boss? Der steht da unten. Ich habe ihn gerade gesehen. Ich habe ihn gerade gesehen. Mein Gott, das sind viel zu viele, Lars. Nein, das sind nicht zu viele. Dieser Siren Head muss sich wirklich nochmal angewöhnen, hier weniger Leute hinzustellen. Oh. Oh. Das ist nicht schlimm. Komm einfach her. Komm zu mir. Okay, okay. Ich bin da. Ich bin da. Okay. Ah. Wo ist er? Wir müssen einfach uns nur nach vorne kämpfen. Okay, okay. Wir schaffen das. Da unten ist der Siren Head, Boss. Okay, okay. Die können wir alle easy bekommen. Vergiss nicht immer, deinen Goldapfel zu essen. Hier ist auch irgendwas wieder. Oh nein, hier ist wieder einer unsichtbar. Glaubst du, das ist der ihre Fähigkeit, dass die sich unsichtbar machen können? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Oh mein Gott. Ich muss einen Apfel essen. Apfel essen. Apfel essen. Rette mich. Rette mich. Rette mich. Wo bist du? Wo bist du denn? Da. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ja. Leben. Okay. Jetzt liegen die bei mir. Okay. Alles gut. Oh, Lars. Die sind ultra stark, Junge. Ja, Mann. Die sind so stark. Ich habe richtig Angst vor denen, Mann. Okay. Wo ist der? Da unten ist der große Eis. Junge. Ja, aber ich kann den einen. Der ist unsichtbar. Ich sehe den nicht. Ich bringe ihn um. Okay, ich habe ihn umgebracht. Manchmal siehst du die nicht, aber ich sehe sie. Junge, der hat einfach eine fette Knarre. Guck mal, der eine riesen Siren Head hat einfach so eine riesen Knarre. Siehst du das? Alter, die machen so viel Schaden. Alter, Lars. Ich bin fast tot. Weil hier sind einfach so 100 Siren Heads sind da. Ja, ja, ja. Okay. Ja, ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich muss wegrennen. Ich muss wegrennen. Okay, krass. Okay, du musst mit dem Bogen schießen, Lars. Dann mit dem Bogen geht es leichter. Ja. Einmal den Bogen ganz aufladen, dann passt das. Okay, okay, okay. Alter. Oh mein Gott. Yo. Alter, die jagen uns hier einmal komplett über die ganze Welt. Lars, ich schaffe das nicht. Das ist hier zu viel. Ich kann den nicht sehen bei dir. Kannst du den nicht sehen bei mir? Oh, doch, du hast ihn getroffen. Hab ich? Ja. Okay, ich hab ihn getötet. Da ist noch irgendwo einer. Okay. Wo sind die, wenn die unsichtbar sind? Lars, ich schaff das nicht. Ich muss wieder Leben essen. Okay, ich bin gestorben. Okay. Lass jetzt mal auf den Riesen-Siren Heads gehen, oder? Okay, let's go. Ist ein Goldabriff. Und benutze dein Schild, Mann. Okay. Ich schieße hier auf ihn. Mit Bogen, mit Bogen. Ich schieße auch auf ihn. Digger, hier ist irgendwo einer. Okay. Junge, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Ja, Mann, bei dir sind auch 10.000 von den Siren Heads. Echt? Dann mach die mal weg. Ich kann die nicht sehen. Ja, das sind so viele. Ich schieße schon drauf. Aber du bist schon auf einer guten Ebene. Okay, du schaffst das. Einfach immer nur drauf sitzen. Kannst du die alle nicht sehen? Nee. Okay. Da schießt auf den großen Siren Head. Der Rest ist tot. Okay, hier ist einer. Es gab mich wieder ein Unsichtbarer an. Okay. Ist deine Golden Reppards nicht vergessen? Ja. Alter, ihre Fähigkeit, dass die unsichtbar sein können, ist brutal. Ich geh mit meiner Sichel drauf. Okay. Oh, zum Glück hab ich diese Sichel. Oh. Ich bin hier grad gut in Sicherheit. Geh weiter drauf, geh weiter drauf. Ich mach den Tank. Tank. Ja, Tank, Tank mal. Wir haben ihn gleich, wir haben ihn gleich. Ist ein Apfel, ist ein Apfel, ist ein Apfel. Ich hab'n Apfel gegessen. Ich hab' ihn, ich hab' ihn, ich hab' ihn, ich hab' ihn, ich hab' ihn. Du hast ihn, nice. Easy going. Hol das Item, hol das Item. Was hat er gedroppt? Was hat er gedroppt? Okay. Okay, ich bin schluck, ich bin schluck. Neutralen Magazin hat er gedroppt. Nice. Nice. Oh mein Gott, wir haben's. Was wollen wir damit? Sind jetzt alle tot hier? Oh mein Gott, da oben sind noch ein paar. Möchtest du Professor Schluck aufbringen? Okay. Okay, LOL. Alter, das ist so krass, dass die so unfassbar stark sind. Man sieht die halt auch einfach. Oh mein Gott. Ah! Ah, wo sind die alle? Oh, Lars. Vor allem dieser Sound ist richtig nice, Mann. Ja, Mann, die sind richtig krass. Das ist halt der hier Sprachmodul, was die sich eingebaut haben. Damit die mit uns reden können, gell? Ja, 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 genau, genau. Digga, Junge, die sind so stark, das ist krank. Okay, ich glaube... Okay, wir haben's geschafft, Mann. Ich glaube, wir sind hier oben angekommen. Ich glaube, das ist es. Oh mein Gott. Ah, die verfolgen nicht. Wir haben jetzt ihre Mutter umgebracht, deswegen sind die jetzt wütend ein bisschen. Puh. Okay. Okay. Cool, dann lassen wir jetzt zu Professor Schluck auf und ihm das Item geben. Das Magazin, was auch immer der damit möchte. Okay, Leute, falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Es war auf jeden Fall nice, mal hier gegen Siren Head zu kämpfen. Hab ich tatsächlich noch nie gesehen. Und ist mega cool. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, Leute. Und die Sound-Effekte waren nice. Warte, lass hier noch. Ah! Die Welt ist versorgt mit Siren Head. Weißt du was? Wir machen jetzt Schluss. Haut rein, Leute. Ciao. Ciao! 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 Vielen Dank.